Hey Leute, heute mal ein sehr formelles Video. Ich bin in der Niederlande, Kevin ist in der UK, haben wir letzte Woche schon angedeutet im Video. Der Kevin macht es gegen seine Kumpels in der UK, ich glaube gegen einen Craig und gegen einen Mikey. Ich weiß nicht, ob Reggie Fasser auch noch mitmacht. Ich bin momentan gerade in der Niederlande, werde es morgen machen, das Workout. Und wir möchten euch trotzdem sehr kurz heute mal einfach die Tipps mitgeben für dieses Workout. Es sind nur zwei Bewegungen und die Strategie sollte sich eigentlich relativ easy für alle sehr schnell definieren. Burpees und Deadlifts. Lass uns ganz kurz über die Burpees reden. Wir haben von der Wiederholungszahl 1 bis zur Wiederholungszahl 10 und dann wieder runter eine Ladder. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 9 und 10 und dann geht es wieder rückwärts, 9, 8, 7, 6 runter. Das ist natürlich für den Kopf super nervig, weil erst geht es hoch, dann denkt man sich so, jetzt bin ich endlich bei 10 und dann muss ich den ganzen Spaß wieder zurück. Wichtig ist, schaut euch die Standards an, es muss kein 2, 4, Takeoff mehr sein. Das heißt, ihr müsst nicht mal wie früher mit beiden Füßen gleichzeitig abspringen, müsst auch nicht mit beiden Füßen gleichzeitig landen. Nichtsdestotrotz muss es klar und deutlich erkennbar sein, dass ihr über die Stange drüber springt. Und das ist wichtig, weil ihr dürft nicht drüber steigen. In der Skate-Variante ja, so nicht. Ihr müsst wirklich springen, aber es erleichtert euch trotzdem das ganze Workout, weil ihr vom Pace her und von der Intensität her, das wird euch entgegenkommen. Im nächsten Schritt haben wir die Deadlifts und das ist jetzt wirklich somit einer der wichtigsten Punkte. Wenn ihr das zusammenrechnet, sind es in Summe 100 Wiederholungen von beidem. Ihr müsst 100 Wiederholungen Deadlifts machen, 100 Wiederholungen Burpees. Nübt nur 10 Minuten Zeit. Wenn ich viele Leute frage, wie lange brauchst du für 10 Minuten Burpee, ähm, Burpee Oberbar, dann sagen die bestimmt, boah, easy Ü sechs, sieben Minuten, wenn nicht sogar acht. Und jetzt kommen aber noch 100 Deadlifts mit dazu. Die etwas fitteren, die sprinten das natürlich durch, aber das wird dir natürlich hier nichts bringen. 100 Kilogramm, 102 Kilogramm für die Männer, 70 Kilogramm für die Frauen. Das ist relativ schwer. Natürlich für jemanden, der Ü 200 Kilogramm Deadlift hat, sind es weniger als 50 Prozent. Aber wenn du jetzt jemand bist, der zwischen 120 Kilo bis 180 Kilo sein OneRM hat, dann habt ihr natürlich hier schon ein ganz anderes Gewicht, den ihr bewegen müsst in diesen 10 Minuten. Und dann müsst ihr wirklich aufpassen, dass ihr das nicht zu schnell angeht. Hier ein paar Tipps. Wärmt euch auf alle Fälle auf und wärmt euch auf alle Fälle mal über die 100 Kilogramm auf. Warum? Dann habt ihr einfach schon wieder ein bisschen mehr Muskelfasern aktiviert und wenn ihr dann ins Workout geht, fällt es euch leichter, das Gewicht am Anfang zu bewegen. Glaubt mir, es wird so sein. Dann, ich stelle euch gleich noch hier eine Routine rein, mit der ihr euch warm machen könnt und dann ins Workout durchspritten könnt. Das lasse ich jetzt parallel hier mitlaufen. Danach, wenn ihr euch mit den 120 Kilo aufgewärmt habt, dann macht am besten 120 bis 90 Kilo für Männer und für die Frauen, macht am besten ein kurzes E-MOM und mal diese beiden Sachen zu kombinieren, um miteinander zu testen, wie ist das denn mit diesem neuen Standard für die Burpees, dass ihr da im Workout nicht drüber nachdenkt. Und dann im Workout. Alles bis 5, 6, 7 hoch, werdet ihr euch denken, relativ easy, da komme ich gut durch, aber da fängt das Workout an, richtig weh zu tun, weil dann kommt 8, 9, 10 und dann wieder 9, 8, 7. Deswegen, wenn ihr jetzt nicht so ein hohes OneRM, wenn ihr einen nicht so hohen OneRM im Deadlift habt und das solltet ihr so ein bisschen als Maßstab nehmen für das Workout, dann solltet ihr irgendwann wirklich drüber nachdenken, dass ihr die Deadlifts auf alle Fälle runterbrecht. Es ist aber überhaupt kein Problem, wenn ihr irgendwann zügige Singles macht, aufheben, droppen und dann sofort den nächsten. Wenn ihr natürlich Singles macht, hoch, droppen, 2, 3 Schritte weggehen, dann sind Singles hier kein Machen, kein Sinn, denn für das ganze Workout solltet ihr einen Steady Pace finden. Nächste, wenn ihr die Deadlifts macht und ihr nach oben aufsteht, wollt ihr auf gar keinen Fall jedes Mal hoch und euch so massiv nach hinten lehnen und dann wieder runter gehen und dann wieder so massiv nach hinten lehnen. Glaubt mir, euer unterer Rücken schreit am Ende und es ist sehr, sehr unangenehm, vor allem wahrscheinlich dann am nächsten Tag. Es ist sehr viel Hinging, das bedeutet, wir haben sehr viel Bewegung in der Hüfte bei den Burpees und bei den Deadlifts. Das ist sehr, sehr, sehr intensiv auf diesen unteren Bereich, deswegen macht ihn bitte ordentlich warm, stretcht euch ganz leicht, macht Mobility und am nächsten Tag vor allem, auch wenn das Workout vorbei ist, werdet ihr es im unteren Rücken merken. Schaut, dass ihr da auf alle Fälle was tut für euren Körper, sodass ihr dann eine gute Recovery habt. Für die Leute, die relativ fit sind und ein rohes 1RM haben, aber auch für die anderen Steady Pace, gewinnt hier definitiv gegenüber euch Sprinte die ersten 6-7 Wiederholungen, weil wenn ihr euch das mal anschaut, Laura Horvath knapp unter 10 Minuten fertig gemacht, Justin Medeiros ungefähr bei 8 Minuten das Workout fertig gemacht. Ein Großteil der Leute, die dieses Workout machen werden, ein sehr großer Teil, wird das Workout nicht mehr finishen. Deswegen hetzt euch bitte nicht, 10 Minuten sind trotzdem lang, vor allem mit dem Gewicht und mit den Burpees. Deswegen Steady Pace, wärmt den Deadlift gescheit auf, brecht die Deadlifts schlau und früh genug, schaut, dass ihr den neuen Standard drauf habt für die Burpees über die Stange und überstreckt bei den Deadlifts oben bitte nicht den Rücken. Singles sind okay, wenn ihr sie schnell und zügig hinbekommt und brecht auf alle Fälle die Deadlift, wenn ihr sie macht. Und euer 1RM ist nicht so, ich glaube, das habe ich am Anfang schon mal gesagt, aber ich sage es nochmal. Und dann bleibt uns nichts anderes übrig, als 3-2-1 das Workout zu machen. Ich hoffe, die Tipps haben euch geholfen. Es ist viel, 100 Burpees, 100 Deadlift. Deswegen, ich weiß, ich wiederhole mich hier, sehr viel Impact auf den unteren Rücken, auf unser System. Von daher schaut, dass ihr eine gute Pace findet. Bleibt gesund. Habt keine Lust, dass hier irgendwie nach dem Workout einer brutal Rückenschmerzen hat und dann fürs dritte Workout gefühlt mit so einem aufgeblasenen Rücken noch reingehen muss. Schaut, dass die Recovery nach dem Workout passt und ich habe es schon mehrfach gesagt, keine Redoos. Das Workout werden wir schon gar nicht wiederholen, weil nochmal die Leute, die zu den Quarterfinals und Semifinals gehen, die qualifizieren sich eh. Die anderen, die die Quarterfinals letztendlich mitgemacht haben und trotzdem recht fit sind, werden es dort auch hinschaffen. Und die Leute, die für so einen Workout hier zwei Versuche brauchen, um in die Top 10 Prozent kommen, die sollten definitiv sowieso nicht machen, weil die Intensität bei den Quarter und Semifinals, bis zu den Semis wird es nicht mal reichen, aber bei den Quarterfinals ist die Intensität einfach schon viel zu hoch, als dass es für euer Level passt. Viel Spaß, haut gerne Kommentare drunter und wir sehen uns nächste Woche, weil da machen wir wieder ein Video mit dem lustigen Kevin zusammen und mit mir und dann ist schon immer so formell wie heute. Ciao!